Grüß Gott, herzlich willkommen zu einer Stunde Talk und meine erste Frage an meinen Gast. Wo ist für Sie mehr Heimat? In Moorbach im Hunsrück oder in München? Sicher in München. Ich bin in Moorbach im Hunsrück geboren, dort aufgewachsen als Kind. Schon in meiner Schulzeit während des Gymnasiums lebte ich dann in Simmern im Hunsrück, Kreisstadt dort. Und als ich 19 Jahre alt war, verließ ich den Hunsrück zunächst einmal wegen des Studiums in München. Und das ist meine eigentliche Heimat geworden, die zweite Heimat. Über diese Beziehung zu München habe ich ja auch eine ganze Folge meiner Erzählung gemacht, damals die zweite Heimat. Zu Gast bei Achim Bogdan. Edgar Reitz, Heimatregisseur. Ja, grüß Gott, Edgar Reitz. Sie sind berühmt geworden durch Ihre Filmreihe Heimat. Wie hat denn Heimat Ihr Leben beeinflusst? Wenn Sie den Film meinen, das hat natürlich alles beeinflusst. Dieses Wort Heimat gibt es in vielen anderen Sprachen gar nicht, aber in diesen anderen Sprachen und diesen anderen Ländern gibt es diese Reihe Heimat. Also Ihr Film ist, glaube ich, in 35 Sprachen übersetzt worden. Ein Welterfolg. Mit Erfolg. Können Sie uns erklären, wie das kommt, dass so eine Serie, die im Hunsrück spielt, solche Wellen schlägt? Also für mich gibt es ein Schlüsselerlebnis, das mir unvergesslich ist. Als die erste Heimat in Venedig lief auf dem Festival, kam eine japanische Journalistin auf mich zu, mit Tränen in den Augen und sagte, das ist genau das Porträt meiner Großmutter. Dann sagte ich ihr, das kann nicht gut sein, denn meine Großmutter, die ich da porträtiert habe, lebte im Hunsrück und die ihre irgendwo in Japan. Das kann nicht sein, dass ich ihre Großmutter gemeint habe. Aber es ist offensichtlich so, der Weg zu dem Verständnis zu anderen Menschen führt auf dem Weg nach innen. Also wenn man sich selbst versteht, wird man verstanden von den anderen. Wenn man seine eigene Biografie durchleuchtet, entsteht auf einmal eine Resonanz in den Herzen anderer Menschen, weil die parallelen Biografien damit angesprochen werden. Das ist ein Übersetzungsvorgang, der mich immer wieder erstaunt und aber auch erfreut. Denn das zeigt, dass der künstlerische Weg, der ja immer nach innen geht, immer ins Persönliche geht, dass der funktioniert, dass der einen Weg darstellt zu den Herzen der anderen. Ihre Heimat, das Hunsrück, hat Sie auch gewürdigt. Jetzt wird im Oktober ein Café eröffnet in Ihrem Geburtsort Morbach. Das Café Heimat heißen wird. Was hat es damit auf sich? In meinem Elternhaus lebte später noch mein Bruder bis zu seinem Tod. Und als er im Jahr 2008 starb, war für dieses Haus eigentlich keine Verwendung mehr. Ich musste es auflösen, den Hausrat auflösen des Bruders, wobei ich übrigens sehr interessante Entdeckungen machte, womit er sich beschäftigt hatte. Es spielte dann später eine Rolle in dem neuen Film. Und dann wurde das Haus leer geräumt. Es wäre eigentlich dem Verfall preisgegeben gewesen, wenn nicht in der Gemeinde immer wieder Interesse daran begründet worden wäre. Es liegt sehr günstig. Es ist ganz im Zentrum des Ortes, am unteren Marktplatz. Und so kam vom damaligen Bürgermeister die Idee auf, dieses Haus zu pachten und daraus ein kleines Kulturzentrum zu machen. Man wird dort Lesungen, Veranstaltungen, Filmabende machen. Und es gibt einen Betreiber, der da ein Café tagsüber macht. Und eben dort wird jetzt auch demnächst ein Dokumentarfilm gezeigt, der gerade gedreht wurde, der auch bei den Hofer Filmtagen gezeigt wird. Making of Heimat von Anja Pohl und Jörg Adolf. In diesem Film sind Sie der Hauptdarsteller? Ohne es gewollt zu haben. Also dieses Dokumentarfilm-Team hat unsere Filmentwicklung begleitet. Die waren vom Anfang an dabei. Sie haben eine Arbeitsmethode, die ich sehr bewundernswert finde. Sie sind fast unmerklich mit ihrer Kamera. Und man wird auf eine Weise entspannt. Man spürt gar nicht, dass man beobachtet wird bei diesen Dokumentarfilmleuten. Und was, glauben Sie, würde denn die Öffentlichkeit, wo würde sie sich am meisten wundern, wenn sie sie bei der Arbeit betrachten würde in diesem Dokumentarfilm, mal sehen würde, wie Edgar Reitz eigentlich einen Film dreht? Was wäre die größte Überraschung dabei? Ich hoffe, dass der Film etwas davon vermittelt, was mir immer sehr wichtig ist. Ich meine, ein Film entsteht im Kopf, entsteht mit geschlossenen Augen. Der Blick nach innen ist der Ausgangspunkt der gesamten Arbeit. Ich habe mir auch zur Angewohnheit gemacht, an Drehtagen erst einmal eine ruhige Minute einen stillen kleinen Rückzug anzutreten und die Augen zu schließen. Und dann fünf Minuten mir die inneren Bilder anzuschauen, bevor ich dann wieder meinem Team gegenüber trete und sagen kann, was ich will. Und die Arbeit tagsüber ist ja nichts anderes als dieser Kommunikationsvorgang, den Leuten immer diese inneren Bilder begreiflich zu machen oder zu vermitteln und dann konkret umzusetzen. Ist das vielleicht auch Ihr Vorteil, dass Sie inzwischen schon 80 Jahre alt sind, aktiv sind und dass Sie einfach schon so viel Berufserfahrung haben? Also Berufserfahrung im künstlerischen Bereich führt ja nie zu einem festen Bestand an Wissen. Das Einzige, was ich wirklich beherrsche jetzt inzwischen, ist der Umgang mit dem Team, mit all den Fachleuten, das Handwerkliche, Äußere. Das kann ich gut und ich werde davon auch nicht mehr nervös, wenn 70, 80 Leute um mich herum tanzen, die dauernd Order haben wollen, was sie tun sollen. Ich lasse mich auch nicht unnötig beeindrucken von dem professionellen Gehabe, das viele haben, Schauspieler zum Beispiel, aber auch Techniker, die immer wieder sagen, das geht nicht, das geht nicht. Also das sind alles Dinge, die machen mich überhaupt nicht mehr nervös. Aber das eigentliche Finden der eigenen Sprache, die ja für jedes Thema, für jeden Film, den man macht, neu sein muss. Und ich musste auch in diesem Fall jetzt, obwohl ich ja 79 war, als ich anfing, diesen Film zu machen, musste alles neu erfinden. Und so einen Film hatte ich noch nie gemacht und fühlte mich wie ein Anfänger. Ich fühlte mich wie ein 20-Jähriger, der seinen ersten Film macht. Über diesen neuen Film, Die andere Heimat von Edgar Reitz, der Morgen in die Kinos kommt, drehen wir in der nächsten Runde. Jetzt kommt Musik aus Brasilien. Paulinho da Viola mit Avos do Povo. Hier ist 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Heute mit dem großen deutschen Film- und Fernsehregisseur Edgar Reitz, dessen Filmreihe Heimat weltweit Wellen geschlagen hat. Die Musik eben kam gerade aus Brasilien. Und Brasilien spielt auch eine Hauptrolle in ihrem neuesten Film, Die andere Heimat, der Morgen in die Kinos kommt. Allerdings ohne, dass irgendwas von diesem Film in Brasilien gedreht wurde. Vielleicht erklären Sie es uns, Herr Reitz. Ja, Brasilien ist dort der Ort der Sehnsucht, in den sie alle wollen. Das ist ja etwas, was viele Leute nicht wissen, dass die große Auswanderungswelle aus Deutschland in dieser Zeit hauptsächlich Richtung Brasilien ging. Also um 1840 rum. Um 1840, aber auch in den 1850er Jahren. Es sind Hunderttausende von Menschen, ganze Familien, ganze Clans, ganze Dörfer nach Brasilien ausgewandert. Und im Süden Brasiliens, in der Gegend um Porto Alegre, leben heute noch sehr viele Nachkommen der damaligen Auswanderer. Die sprechen auch noch Hunsrücker Dialekt, nennen es Rio Grandensa Hunsrückisch. Und da höre ich sozusagen die Mundart meiner Kindheit nochmal in der Originalversion, so wie es im Hunsrück heute gar nicht mehr gesprochen wird. Weil da natürlich durch die Medien und so weiter auch da eine moderne Hochdeutschspracheinzug gehalten hat. Sie haben mir während der Musik gerade erklärt, dass Ihr neuer Film auch in Brasilien auf einem Festival gezeigt wird. Also das heißt, da werden möglicherweise sogar Leute mit Hunsrücker Vorfahren reingehen und diesen Film im Hunsrücker Dialekt hören. Ja, ich hoffe, dass die das alle erfahren. Das muss ja für die eine Sensation sein. Es kommt ein Film aus Deutschland und die Leute sprechen dort so wie Sie. Also das, gut, das warten wir ab. Das findet erst in den nächsten Wochen statt. Und ich kann leider dort nicht hin, weil wir hier auch unsere Premiere haben in Deutschland. Jetzt erklären wir vielleicht mal gemeinsam, was es mit diesem Film auf sich hat, die andere Heimat. Hängt ja zusammen mit Ihrer Serie Heimat, spielt aber wesentlich früher. Also heute würde man sagen, es ist ein Prequel to the Sequel, ein Vorläufer für die Nachfolgegeschichte. Also ich höre das gar nicht so gerne, dass man da immer diesen Zusammenhang betont. Das ist ein vollkommen in sich geschlossener, selbstständiger Film für das Kino. Und das macht auch nicht zur Voraussetzung, dass man irgendetwas von diesen anderen Heimatserien kennt. Ich kann nicht leugnen, dass da Zusammenhänge bestehen. Natürlich, es spielt auch im Hunsrück, es spielt auch in dem fiktiven Ort Schabbach, den ich mir mal ausgedacht habe. Und das ist ja auch so eine Art poetischer Sehnsuchtsort. Das ist ja nicht Heimat in dem Sinne, wie man es jederzeit zur Verfügung haben kann. Schabbach ist der Ort der Erinnerungen. Das weiß auch jeder im Hunsrück. Da gibt es mehrere Ortschaften, die sagen, wir sind Schabbach. Oder es gibt Leute, die sagen, Schabbach ist überall. Was hat Sie denn so daran interessiert, Herr Reitz, sich jetzt dieser Geschichte zu widmen, dieser großen Auswanderungswelle aus Ihrer alten Heimat aus dem Hunsrück? Ich bin dem Thema sehr früh schon begegnet. Noch bevor ich die Heimat 1, damals die erste Serie, machte. Ich fand bei der Recherche in der Gegend überall Erinnerungen an die Auswanderungszeit. Viele Familien bewahrten Briefe auf, die von den Angehörigen sogar noch vor dem Ersten Weltkrieg geschrieben worden waren. Briefe, die von einer tief berührenden Sehnsucht nach der verlorenen Heimat sprechen. Diese Auswanderer, die in der Fremde zum Teil tatsächlich auch ihr Lebensglück gefunden haben, das kann man nicht anders sagen. Aber sie sind von Heimweh eigentlich geplagt gewesen, noch Generationen hindurch. Und in ihrer Vorstellung ist die deutsche Herkunftsheimat immer verklärter geworden, so wie sie gar nicht hatte sein können. Also dachte ich, hier wird Heimat noch einmal anders gesehen, aus einer sehr großen Entfernung und nachdem man definitiv sich verabschiedet hat. Das Thema war für mich Abschied. Die Frage, was ist das, wenn man seinen Sonntagsanzug anzieht und seinem Vater und seiner Mutter noch einmal die Hand reicht und auf Wiedersehen sagt und sich aber nie mehr wieder sieht. So ein Abschied, der so ernst ist wie der Tod, aus eigenem Willen und das einzige Motiv ist der Gedanke, das Glück liegt woanders. Das ist für mich ein großes Filmthema. Das hat mich mein Leben lang bewegt und jetzt habe ich diesen Film endlich machen können. Sie haben vorher erwähnt, Ihr Bruder hat auch eine gewisse Rolle gespielt in der Vorbereitung zu diesem Film. Ihr verstorbener Bruder, vielleicht können Sie es uns erklären. Wie denn? Auf der Suche nach einer Hauptfigur bin ich eigentlich erst durch den Tod meines Bruders auf die richtige Spur gekommen. Mein Bruder wusste sehr viel über die Geschichte der Auswanderungen, der großen Migration des 19. Jahrhunderts. Er hatte auch selbst Familiengeschichte gesammelt und war sowieso ein Privatgelehrter, wenn man so will. Als man mir im Krankenhaus die Hausschlüssel überreichte, übrigens des Hauses, in dem jetzt das Café Heimat eröffnet wird, und ich das Haus betrat, traute ich meinen Augen nicht. Ich stand vor endlosen Regalen in sämtlichen Zimmern, die er mir sonst auch bei meinen Besuchen nie gezeigt hatte. Da gab es keinen Platz für das Bett, es war alles voller Bücher. Und wir zählten das durch und machten Bestandsaufnahme. Es waren über 5000 linguistische Fachbücher über die Sprachen der Welt mit besonderer Betonung, besonderem Interesse für die indigenen Sprachen Südamerikas. Und ich fand Tonbandaufzeichnungen von ihm, wo er im Selbststudium Sprachen wie Quechua und Guarani und Guarani-Dialekte studierte. Und Leute, mit denen ich später sprechen konnte, von der Universität in Marburg, die ihn kannten, durch seine Forschungsarbeiten, erfuhr ich, dass er auch diese Sprachen sehr gut sprach, ohne je sein Hundsrückdorf verlassen zu haben, ohne je weggegangen zu sein, ohne je überhaupt mit irgendeinem in seiner Familie darüber zu sprechen. Und das war eine seltsame Figur. Dann dachte ich, diesem Bruder oder dem Andenken an diesen Bruder will ich die Hauptfigur meines Films widmen. Der Jakob, der die Hauptfigur der anderen Heimat ist, lebt natürlich in einem anderen Jahrhundert, das ist das 19. Jahrhundert, in einer Zeit, wo man noch nicht den Informationsstand haben konnte. Der konnte nicht 5000 Bücher haben, sondern vielleicht 10 Bücher. Aber trotzdem ist der Jakob ein Büchernarr wie mein Bruder und einer, der die Sprachen der Indianerstämme studiert, ohne je aus dem Hundsrückdorf hinwegzukommen. Es ist ein bisschen die Karl-Mai-Seele. Als deutsche Romantik ist das ein Charakter, wie dieser Karl-Mai zum Beispiel einer war. Dieser Film, ich habe ihn schon gesehen, vier Stunden ist er lang, in schwarz-weiß. Eine sehr beklemmende und fesselnde Geschichte, die da im Hundsrück im Jahr 1840 spielt, unter bettelarmen Verhältnissen, die Leute in Not, deswegen eben auch viele, die ausgewandert sind. Wie sind Sie denn an dieses Mammoprojekt rangegangen? Man muss ja überhaupt mal, so eine Szenerie überhaupt mal glaubwürdig aufbauen. Ich habe mich die ganze Zeit während dem Film gefragt, wo haben Sie denn dieses wunderbare Dorf so aufgebaut, dass es wirklich ausschaut wie 1840? Zuerst einmal dachten wir, wir finden Motive. Das ist ja etwas, was mir immer wichtig war, bei all meinen Filmen, Originalschauplätze zu finden, an denen man etwas drehen kann. Aber dann stellten wir fest, das Leben der armen Menschen bleibt nicht erhalten. Im Gegensatz zu dem Milieu der Reichen und der Mächtigen, deren Schlösser und Burgen und Kathedralen immer noch bestehen, ist das Leben der Armen restlos verschwunden. Sie haben es auch selbst zerstört, weil was soll man seinen Kindern das Elend vererben? Nicht einmal ein kleines Werkzeug oder irgendein landwirtschaftliches Gerät ist erhalten geblieben. Und so kamen wir dann zu dem Schluss, wir müssen das alles bauen und mühsam herstellen. Aber wie? Wo liegen die Vorbilder dafür? Wenn nichts erhalten geblieben ist, wissen wir auch gar nicht, wie es war. Also mussten wir einen anderen Weg gehen. Wir mussten uns überlegen, was hatten die Menschen für Kenntnisse? Was hatten sie für Materialien? Und da sie alles selbst gemacht haben und sich nichts kaufen konnten, kam dann die Frage auf, wie sieht denn das aus, wenn man alles selbst macht? Und so haben wir uns langsam Stück für Stück aus Handwerkskenntnissen heraus an diese Dinge herangearbeitet. Zum Beispiel ein Fachwerkhaus zu bauen, die dazugehörenden Zimmer und Füllungen und Einrichtungen, alles hergestellt. Besonders interessant wurde es bei den Kostümen. Da sind wir auch noch fündig geworden. Auf vielen Dachböden im Hunsrück, in alten Bauernhäusern, fanden sich noch Truhen mit selbstgewebtem Leinen. Das war wohl sozusagen der Reichtum der Familien. Das wurde nicht angerührt. Das wurde immer wieder als Brautmitgift sozusagen weitergeerbt, vererbt. Und aus solchen Leinenstoffen, die tatsächlich 150 Jahre alt sind, haben wir dann unsere Kostüme genäht, nähen lassen von Schneiderinnen und Leuten, die noch handwerklich sowas konnten. Da ist keine Nähmaschine, nichts im Einsatz gewesen. Das ist alles so, wie es die Leute selbst konnten, auch gemacht worden. So heißt sein Film, der morgen anläuft, der im Hunsrück spielt, jetzt gedreht wurde, aber im Jahr 1840 spielt. Ich habe jetzt mal auf der Landkarte nachgeschaut, Herr Reitz, gar nicht viele Kilometer entfernt von da, wo Sie gedreht haben, ist der Flughafen Frankfurt-Hahn, so nennt er sich es im Hunsrück, wird von Ryanair betrieben. Haben denn die Flugzeuge nicht Ihre Dreharbeiten da irgendwie beeinflusst? Furchtbar. Also die gesamte Tonaufnahme für den Film war im Grunde mit dem Anspruch, ein zum historischen Film passender Ton zu sein, überhaupt nicht möglich. Wir mussten unendlich viel von diesem Originaltonmaterial nachbearbeiten, im Studio bearbeiten. Das ist eine große Belastung für die Gegend, die ich übrigens sehr genau kenne, denn dieser Flugplatz Hahn war ja nach dem Krieg ein Militärflughafen und da war das noch viel schlimmer mit den Düsenjägern der Amerikaner, die dort stationiert waren. Das war einer der wichtigsten Militärflughafen in Westeuropa. Wollen wir gleich mal ein bisschen in Ihre Kindheit reisen, wenn Sie es schon ansprechen. Der Hunsrück, viele unserer Praktikantinnen wussten gar nicht, wo es ist. Ich hoffe, sie ist mir nicht böse. Vielleicht für Geografieanfänger. Der Hunsrück liegt auf der westlichen Seite Deutschlands. Die Westgrenzen grenzen an Luxemburg und Frankreich. Das Gebiet ist begrenzt im Norden von der Mosel, dem bekannten Fluss, im Süden von einem kleinen Flüsschen namens Nahe, im Osten durch den Rhein. Alle diese drei Flüsse sind bekannte Weinbaugebiete. Das heißt, der Hunsrück ist rings umgeben von Wein. Selbst ist es ein Gebirgszug, wo kein Wein wächst und wo es einen sehr mageren Boden gibt. Es ist eine Gegend, die immer von ganz armen Bauersleuten bewohnt war, auch wenig besiedelt. Es gibt keine größere Stadt dort. Es gibt eine Kreisstadt namens Simmern und alle anderen Orte, vielleicht vier oder fünfhundert Dörfer, haben nicht mehr als drei oder vierhundert Einwohner. Wie schlägt sich denn das auf den Menschenschlag der Leute dort nieder, diese Umstände, diese Landschaft, dieses Leben? Ich denke, sie sind geprägt von der harten Arbeit. Nicht nur der Landarbeit, sondern auch aller anderen Arbeit, die man brauchte, um sich zu ernähren. Diese Menschen haben alles selbst machen müssen und auch selbst machen können. Jeder, der Landwirtschaft betrieb, hatte auch gleichzeitig eine Handwerksausbildung, war entweder Schmied oder Wagner oder Küfer oder was es auch immer für Berufe gab, mit denen man sich ernährte oder man arbeitete als Waldarbeiter im Winter. Also Arbeit beherrschte das ganze Leben. Harte Arbeit für die gesamte Familie. Schon jedes Kind musste, sobald es überhaupt ein bisschen kräftig war, mitarbeiten. Also es ist ein Leben des Überlebenskampfes gewesen. Ich habe das teilweise noch kennengelernt. natürlich wieder entstanden durch die Verhältnisse im Krieg und in der Nachkriegszeit, wo vieles von diesem Überlebenswissen bei den Menschen wieder zum Zuge kam. Ich habe auch im Haus meiner Großeltern noch Einblick bekommen in die Lebensweise. Mein Großvater war Dorfschmied und Landwirt und ich bin als Kind immer dabei gewesen bei der Ernte, bei der Heuernte, bei der Kartoffelernte. Ich habe dem Großvater in der Schmiede geholfen, soweit man das konnte, als Kind. Und ich habe auf der anderen Seite auch diese Verbundenheit und diese Herzlichkeit kennengelernt, die in einem so harten Leben entsteht. Das ist der eigentliche Kern meiner Filmarbeit geworden, dass ich weiß, was da an Menschlichkeit und menschlichem Zusammenhang wächst in solchen Verhältnissen. Welche Erinnerungen haben Sie noch an die Kindheit? Was sind so prägende Momente, an die Sie sich erinnern können aus der frühen Phase, die ja auch vom Krieg beherrscht, weil Sie sind 32 geboren? Ja, meine Eltern waren ja bereits Aussteiger oder Aufsteiger. Das heißt, mein Vater hatte nicht das Schmiedehandwerk erlernt, was sein Vater gerne gehabt hätte, sondern war Uhrmacher. Und auch die Mutter, die da täglich den Umgang mit der Kundschaft hatte und in einem Uhren- und Schmuckwarengeschäft geht es nicht um die harten Lebensnotwendigkeiten, sondern eher um die glücklichen Stunden, um Feste und Geschenke und sich schmücken, um das Jungsein und das Schönsein. Und das hat meine Mutter alles sehr stark gefördert. Sie hat auch ihre Kinder selbst herausgeputzt, so gut sie konnte. Sie wollte, dass wir anders sind, dass wir einen Schritt in eine bessere Welt tun, was sich auch schon in der Kleidung abspielte. Ich hatte als Vierjähriger schon ein kleines Fahrrad und fuhr damit immer zu der Oma, die vier Kilometer entfernt wohnte. Und ich bin viele Tage auch ganz verloren gewesen. Meine Eltern wussten dann nicht, wo ich bin, wenn ich bei den Großeltern war. Manches von dem, was Sie da beobachtet haben in Kindheit, ist vermutlich auch eingeflossen in diese detailgetreue Nachbildung, die Sie in den Filmen Heimat ja auch betrieben haben. Ja, das ist sicher ganz wichtig dabei. Ich muss natürlich heute, wenn ich einen Film mache, mit professionellen Methoden rangehen. Da wird recherchiert, da wird auch wissenschaftlich vorgearbeitet. Aber ob das Ganze glaubwürdig ist, ob es stimmt, ob es eine innere Wahrheit hat, das versuche ich immer aus meiner eigenen Erinnerung her zu überprüfen. Da hat man so einen Instinkt für das Stimmige. Und das kommt daher natürlich. Wann sind Sie eigentlich aus dieser Welt ausgebrochen? Wann wurde Ihnen der Hund zurück eigentlich zu eng? Als ich das erste Mal verliebt war und anfing, Gedichte zu schreiben. Das hat natürlich einen Anstoß gegeben. Ich wollte irgendwann Schriftsteller werden, weil ich schrieb und schrieb. Ich schrieb Geschichten, ich schrieb Gedichte, ich schrieb kleine Essays und ich wollte da raus. Und in dem Maße, wie ich das den Eltern erzählte, wurde es dann auch schwierig mit dem Elternhaus, weil der Vater natürlich einen ganz anderen Traum hatte, dass ich Handwerker werde wie er. Und der Gedanke, dass der Sohn sich mit künstlerischen Dingen beschäftigt, war eigentlich etwas, was die Eltern mit großen Sorgen erfüllte, weil sie sich das nicht vorstellen konnten und sich sagten, um Gottes Willen, was wird aus dem Jungen, der verhungert uns, wenn der diesen Weg geht. Und da habe ich mich regelrecht rausgerissen aus dem Ganzen. Als ich 18 war, kurz nach dem Abitur, bin ich abgehauen, ohne auf Wiedersehen zu sagen, habe mein Köfferchen gepackt und bin abgezogen. Ich suchte meinen Weg. Ich landete in München und studierte Theaterwissenschaft, Kunstgeschichte und Literatur an der Münchner Universität. Abgehauen, ohne was zu sagen. Was heißt das? Haben Ihre Eltern tatsächlich zwischenzeitlich gar nicht gewusst, wo sie sind? Die wussten nicht, was das ist, ein Studium. Die konnten sich das nicht vorstellen. Was sollte ich denen lange erzählen? Ich fahre nach München und will da studieren. Das hätte ich so nicht richtig erklären können. Ich habe das hinterher versucht. Also als das erste Jahr um war und ich kam wieder nach Hause, ich habe denen natürlich geschrieben, wo ich bin, aber da ging das Fragen los und wollten wissen, was machst du denn da und was ist das überhaupt? Und es ist mir eigentlich bis zum Schluss, also solange mein Vater lebt, ich habe ihm eigentlich nicht wirklich klar machen können, was ich tue, weil das, Sie müssen wissen, die Vorstellungswelt in solchen Regionen ist konkret. der fragte mich, jetzt erzähl mal genau, wie ist das, wenn du morgens aufwachst? Erstens mal, wie viel Uhr ist das? Und wenn ich dann sage, es ist acht oder neun oder zehn, dann ist ja schon mal alles aus. Ein Mensch, der nach sechs Uhr morgens aufsteht, ist ein Faulenzer. Den kann man schon mal gar nicht mehr verstehen. Und das Studentenleben in einer solchen Stadt, das kann man auch so nicht weitergeben. Damals nicht. Denn das gab ja nicht Fernsehen und die Medien, die den Leuten jeden Tag erzählen, wie das Leben woanders geht. Und es gab auch noch nicht die Serie Heimat, die mal erklärt hätte, wie das ist, wenn ein junger Mann aufbricht, nach München zum Studium zu gehen. Tja, wenn Ihr Vater das gewusst hätte, dass Sie später Ehrenbürger werden von Zimmern, das Bundesverdienstkreuz kriegen und alle möglichen Filmpreise, die man sich nur vorstellen kann. Ja, konnte sich nicht mehr vorstellen, wie das ist, überhaupt einen Film zu drehen. Ich hätte ihm das sehr gegönnt. Meine Mutter hat es noch erlebt. Als ich das erste Mal im Hunsrück wieder drehte, das war die Reise nach Wien, ein Spielfilm, da war meine Mutter noch heftig dabei. Da saß sie am Straßenrand und hat beim Drehen zugeschaut und erlebt, wie das geht. Heute bei uns zu Gast in Bayern 2 im Talk ist der Filmregisseur Edgar Reitz, bekannt geworden durch seine Trilogie Heimat, über 50 Stunden Film, an die sich viele Leute erinnern können. Es gibt ja mehrere Folgen. Herr Reitz, aber Sie müssen uns trotzdem noch erklären, wie es denn überhaupt zum Film kam. Was waren Ihre Anfänge? Ich studierte in München an der Uni. Zunächst einmal meinte ich, dass Theater sei mein Ziel. Ich hatte schon als Schüler am Gymnasium im Hunsrück einer Theatergruppe angehört und da mitgespielt, auch Stücke geschrieben und sah für mich eigentlich den Weg als Stücke-Schreiber und Regisseur, Theater-Regisseur. Als Schauspieler fühlte ich mich nicht begabt, da hatte ich zwar auch schon meine Versuche gemacht, aber da sah ich meine Grenzen und ich wollte zum Theater. Während des Studiums bei Arthur Kutscher, dem berühmten Theaterwissenschafts-Mentor, begegnete ich in dieser Zeit einer ganzen Gruppe gleichaltriger Leute, die sich für den Film interessierten, für das Kino. Und ich spürte sehr schnell eigentlich, dass nicht das Theater meine Zukunft sein kann, denn im Film kamen so viele von meinen Interessen zusammen. Das Interesse für die Fotografie, für das Technische auch, das ich vom Vater irgendwie in mir hatte, dann aber auch das Interesse vom literarischen Denken her, in die Geschichte hinein, mich hineinzufantasieren und zu spüren, dass es ein bildnerisch konkretes Medium gibt, das zum Geschichtenerzählen noch viel geeigneter ist als die Sprache. Das hat mich dann sehr bald auf diese Spur gebracht. Ja, es gab keine Filmschule in Deutschland. Die hätte ich sofort besucht. Aber es gab Arbeitsgruppen, die sich an den Universitäten bildeten. Und wir haben hier auch so eine Gruppe gebildet. Wir haben uns zum Beispiel im Amerika-Haus, das damals noch da war, wo heute die Musikhochschule ist, in der Arzisstraße, da stand ein alter Schneidetisch, noch aus Uferzeiten. Da haben wir uns vom Hausmeister nachts einschließen lassen und an diesem Schneidetisch Filme studiert. Wir haben uns Kopien besorgt und diese Filme auswendig gelernt. Eine Szene nach der anderen analysiert, durchgearbeitet die ganze Nacht, bis morgens der Hausmeister kam, der uns dann wieder die Tür aufgemacht hat und man konnte wieder raus. So konnte man auf die Weise, ohne irgendetwas bezahlen zu müssen, eine Art Selbststudium des Films sich verschaffen. Und Sie haben natürlich tolle Vorbilder gehabt. Sie haben sich gerade gesagt, Sie haben sich mehr mit dem französischen Film auseinandergesetzt. Sicher nicht mit dem deutschen Heimatfilm, der damals sehr populär war, aber auch relativ gehirnarm. Also das wurde dann sehr bald natürlich eine Nachhol-Euphorie. Das, was uns faszinierte, wegen der Schönheit und der großen Neuerungen in der Erzählkunst, das war das italienische Kino, das waren Filme von Rossellini, die Dessica und Fellini und anderen, den Italienern des Neorealismus aus dieser Zeit. Dann aber sehr bald kamen die neuen Impulse aus Frankreich, die Nouvelle Vague. Das beschäftigte uns. Aber der deutsche Film der damalige Zeit war totales Gegenteil. Da entstand eine Art Verachtung dem Gegenüber. Das wäre auch ein Grund gewesen, den Beruf wieder zu wechseln oder die Seite zu wechseln und wieder vom Film wegzugehen, wenn der deutsche Film das gewesen wäre oder geblieben wäre, was er war. Was war Ihr Durchbruch, Herr Reitz, als Film? Der erste, mein allererster Spielfilm, Mahlzeiten, bekam im Jahre 67 einen Preis in Venedig. Und ich wurde damit schlagartig bekannt als einer der Vertreter des neuen deutschen Films. Und das war ja nun eine Welle, die in der Welt Beachtung fand. Die folgenden Filme, die ich dann machte, standen nicht unter so einem glücklichen Stern wie der erste. Und ich kämpfte eigentlich gute weitere zehn Jahre, um an diesen ersten Film noch einmal richtig anschließen zu können. Aber da waren die Zeitumstände auch gegen mich. Mit Heimat, 1980 begonnen, 1984 veröffentlicht, ist dann sozusagen der zweite Durchbruch gelungen. Also es heißt, Sie hatten einen Film, Schneider von Ulm, der tatsächlich nicht so gut ankam bei der Kritik und auch nicht im Kino. Es heißt, dieser Film hätte ausgelöst, dass Sie in sich gegangen sind, sich zurückgezogen haben, dieses Drehbuch geschrieben haben. War das denn so? Das war natürlich eine Kette von schwierigen Zeiten, von schwierigen Erlebnissen. Und mit dem Schneider-von-Ulm-Film, der war sehr ehrgeizig. Das war auch, wenn ich das so sehe, bis auf den heutigen Tag, mein aufwendigster Film. Was Ausstattung, historische Ausstattung, Kostüme und Bauten angeht und diese Fluggeräte, diese Ballons und was wir da haben bauen lassen, das könnte man heute gar nicht mehr bezahlen. So wahnsinnig war der Anspruch, mit dem ich da antrat. Und umso größer war die Enttäuschung, als da von Seiten einer bestimmten Kritikecke der Film regelrecht ermordet wurde in den Startlöchern. Da musste ich mich fragen, ist das doch der richtige Weg gewesen, aus dem Hunsrück kommend als Uhrmacherkind unmittelbar da unbedingt Filmemacher werden zu wollen. Das hatte mir nicht mehr Glück gebracht, als mein Vater, die Uhrmacherei. An dieser Stelle gibt es ja verschiedene Reaktionsformen. Es gibt Leute, die sagen dann, es ist einfach nicht für mich gemacht, ziehen sich zurück, werden was anderes. In Ihnen hat es offensichtlich andere Kräfte geweckt. Wie sehen Sie das rückblickend? Ja, das war wohl eine Notwehrreaktion, dass ich mich da hinsetzte und einmal anfing zu graben in der Familiengeschichte. Ich saß auf Sylt eingeschneit im Jahre 78 im Winter und schrieb die Geschichte, versuchte die Geschichte meiner Großeltern, meiner Familie aufzuschreiben und da ich aber nicht alles wusste und mir an Ort und Stelle die Kenntnisse nicht verschaffen konnte, fing ich an zu fabulieren. Ich habe mir sozusagen das Leben dieser Familie, da wo ich es nicht kannte, neu ausgedacht und es entstand ein Gespinst zwischen Wirklichkeit und Fantasie, das dann die Heimat wurde. Was hat Ihnen denn den Glauben gegeben, dass das jemand interessieren könnte in der Familiengeschichte aus dem Hunsrück? Den Glauben hatte ich von Anfang an eigentlich nicht. Ich war nicht einmal sicher, ob das als Filmstoff geeignet ist, denn das erste Manuskript bereits hatte einen solchen Umfang, dass ich kaum daran denken konnte, das zu verfilmen. Und als ich es dem Redakteur des WDR zeigte, Herrn von Mengershausen, der sagte mir, also der Film wird mindestens fünf Stunden lang und da wirst du gute drei Jahre dran hängen. In Wirklichkeit ist er ja, glaube ich, 15 Stunden geworden, der erste Teil. Der erste Teil wurde 16 Stunden und ich hing fünf Jahre dran und das war dann gleich die Keimzelle für alles andere und heute sind 30 Jahre vergangen und der Film ist 56 Stunden lang. Ja, nochmal kurz zur Erklärung. 1984 ist dieser Film rausgekommen, ist dann tatsächlich auch im Fernsehen gezeigt worden und da hatten sämtliche, ich glaube elf Folgen, die es da waren, hatten Einschaltquoten von mehr als 10 Millionen Leute. Das heißt, so viele wie heute Wetten, dass schauen oder Länderspiele saßen damals vorm Fernseher und haben sich diese Reihe aus dem Hunsrück angeschaut von ihnen. Und so ging das weltweit weiter. Da waren in England die Straßen genauso leer und in Kanada oder in Italien oder wo auch immer und das war das Erstaunliche, was da passierte, dass etwas, was zum Teil in Hunsrücker Mundart spielt, was zum Teil in Schwarz-Weiß gedreht ist, was keine durchgehende Haupthandlung hat, was nicht einen einzigen Star beschäftigt und so weiter, dann so viele Millionen Menschen an sich zog. Ich war selbst erstaunt, am allermeisten übrigens die Partner von den Fernsehanstalten, die zunächst einmal dachten, das ist etwas für das dritte Programm regional und dann fragte man sich, wo liegt das Geheimnis, dass etwas so Persönliches von so allgemeiner Bedeutung werden kann. Was hat es denn in Ihnen ausgelöst? Sie hatten sich mehr oder weniger jahrelang zurückgezogen, dieses Drehbuch geschrieben, vorher keinen Erfolg gehabt und auf einmal plötzlich schnackelt so. Das hatte zur Folge, dass ich dachte, jetzt geht es weiter und ich habe einfach schon während der Dreharbeiten von Heimat 1 angefangen, die zweite Heimat zu schreiben und ich hatte kaum eine Gelegenheit, wieder in Distanz zu gehen und darüber nachzudenken, was treibe ich da eigentlich, weil eins das andere immer hinter sich herzog. Dann ist auch noch die Mauer gefallen. Dann fiel noch die Mauer, das passierte mitten in den Dreharbeiten von der zweiten Heimat. Ich erlebte das mit Filmteam mit und sofort war der neue Stoff geboren und der war schon fertig, als das eine noch nicht gedreht war. Ich habe in meiner Recherche ermittelt, dass Sie vor ein paar Jahren eingeladen waren in Como von einer Schulklasse. Italienische Schüler, die sich offensichtlich heutzutage diese Heimat komplett angeschaut haben, im Extra sogar ein Kino dann organisiert haben und sich regelmäßig diese Filme angeschaut haben. Was ist da passiert, Jahre später? Ja, das ist übrigens jetzt auch bereits wieder im Gange, dort und es ist eine neue Generation von Schülern herangewachsen, die sowas machen. Ich war sehr erstaunt. Die haben mich dann hinterher eingeladen, vorbeizukommen, nachdem sie alles gesehen hatten und es hatte sich da zum Beispiel auch für das Leben, das persönliche Leben der Schüler so einiges an Konsequenzen gebildet. Da war ein junger Mann, musikalisch hochbegabt, der beschloss daraufhin, Komponist zu werden, so wie mein Herr Männchen und dann verliebte er sich auch noch in eine Cellistin. Also er hatte wohl angefangen, den Film nachzuleben. Diese Identifikation, das ist ja etwas, was man beim Film erleben kann. Deswegen finde ich dieses Medium auch als künstlerischer Ausdruck so viel überlegen und so viel interessanter als alles andere, weil da zusätzlich zu der Dimension der Erzählkultur, die man dort weiter treibt, auch noch eine Suggestivwirkung in die privat-persönliche Sphäre ausgeht. Weil die Bilder, die man sieht, sind letztlich nicht erklärbar. Letztlich findet man sich in den Bildern auf eine Weise wieder, die kein Mensch erklären kann. Man spiegelt sich in den Filmfiguren. Eins zu eins der Talk auf Bayern 2 ist hier immer mittwochs mit Achim Bogdan und heute habe ich Edgar Reitz bei mir zu Gast, den Regisseur unter anderem der berühmten Filmreihe Heimat, die in seiner Heimat im Hunsrück spielt, seiner alten Heimat. Zeit ist unerbittlich, haben Sie mal gesagt, Herr Reitz. Warum? Nun, das ist ja etwas, was wir nicht frei wählen können. Jeder Mensch ist auch bestimmt durch den Zeitpunkt seiner Geburt. Wir sind Zeitgenossen bestimmter Ereignisse, die uns prägen. Das begrenzt auch unsere Freiheit, unsere Möglichkeiten der Entscheidung, aber auch unser Glück. Jedes Glück, das wir erleben, jede schöne Stunde vergeht. Und die Gewissheit des Todes, die uns vom ersten Tag, seit wir denken können, begleitet, ist meines Erachtens auch der Anstoß für die gesamte Kultur der Menschheit. und die Kunst ist das einzige mir bekannte Mittel, sich sozusagen diesem Strom der Zeit, der alles verschlingt, auf irgendeine Weise zu entziehen oder diesem Strom etwas zu entreißen, etwas haltbarer zu machen, als es in Wirklichkeit ist. Der erste Kuss meines Lebens, wie schnell ist er vergangen, als Thema in einem Film, unsterblich. und so gibt es unendlich viele schöne Momente des Lebens und ich habe immer die Filmkunst als eine Zeitkunst gesehen, als eine Fähigkeit, eine Möglichkeit, die uns in die Hände gegeben worden ist, Zeit aufzubewahren, Zeit künstlerisch zu bearbeiten, zu verarbeiten und damit haltbar zu machen und auch dieser dauernden Sterblichkeit zu entreißen. Das klingt ein bisschen pathetisch, aber das muss es gar nicht sein, das kann auch die ganz kleinen Dinge betreffen und je intensiver die kleinen Momente in der künstlerischen Darstellung sind, umso mehr Glück empfindet man, wenn man sie in der Gestaltung in einer gültigen, einfachen, menschlichen Form im Film wiederfindet. Das klingt fast wie ein Vermächtnis, wunderbar wie Sie das formulieren, Herr Reitz, Sie haben wirklich eine Form von Weisheit für sich gefunden. Ich glaube, dass man als Filmemacher an diesem Punkt nicht vorbeikommt. Das ist nun einmal eine Zeitkunst. Würde sich denn eigentlich die heutige Zeit eignen für ein Heimat 4? Die Folge von 3 endet ja am Neujahrsabend 1999-2000. Wäre das denn denkbar, die heutige Zeit auch noch in diese Filmreihe zu gießen? Streng genommen ist alles, was ich mache, immer über die heutige Zeit. Wir können nicht zurückkehren. Es ist nicht so, dass der Film so eine Art Zeitmaschine wäre, auch bei der besten Ausstattung und Kostümen und was immer wir da verwenden. Wir können nicht wirklich in eine vergangene Zeit zurückkehren, sondern wir interpretieren und deuten unser eigenes Leben permanent. Und das ist eigentlich Gegenwart. Also so ist jeder Film, den ich mache, ein Film über die Gegenwart. Nun sind Sie ja für Ihren neuesten Film, der morgen anläuft, die Andere Heimat, in die Vergangenheit gereist, ins Hund zurück der Jahre 1840, eine bitterarme Zeit, die Sie da auf dem Set auch sehr glaubwürdig dargestellt haben. Jetzt würde ich gerne von Ihnen wissen, wie war es denn am Ende der Dreharbeiten, am Ende eines Drehtages, wenn man von dieser bettelarmen Zeit wieder eintaucht, in die Zeit des Konsums, der Handys, des Computers, war das für Sie dann auch so ein Irritationsfaktor, der da entstanden ist? Als der Film fertig war und wir die Welt, in der wir heute leben und da erscheint einem alles ziemlich absurd. Dieser Konsumwahn, der uns heute betrifft, gemessen an den Lebensnotwendigkeiten, an dem, was diese Menschen uns vorgelebt haben, an Überlebensstrategie. Wir wissen gar nicht, wie wenig wir heute noch überlebensfähig sind. Wenn uns zu Weihnachten die Erdbeeren am Frühstückstisch fehlen, wir wissen ja gar nicht, wo die herkommen und wie absurd das überhaupt ist. Also ich denke, dass die Beschäftigung mit einer solchen Zeit die Augen für die Gegenwart öffnen kann. Sie ist sonderbar und ich glaube das auch sehr heilsam, wenn man die Welt, in der wir sind, jeden Tag durch eine solche Perspektive verändert sieht, wenn man Distanz gewinnt zu seinem eigenen Leben. 1 zu 1 der Talk geht zu Ende. In der vergangenen Stunde hatten wir Besuch von dem Filmregisseur Edgar Reitz. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Alles Gute!